Bernd Gorski ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Laufbahn Als A-Jugendlicher absolvierte Bernd Gorski 1977 und 1978 zwölf Jugendländerspiele und nahm mit der DFB-Mannschaft auch an den zwei UEFA-Turnieren. Dieser Jahre an der Seite der Mitspieler Walter Junghans und Bernd Schuster teil. Für die Saison 1978-79 holte der Hamburger SV den damals 18-jährigen Gorski vom Stadtrivalen FC St. Pauli zusammen mit den weiteren Neuzugängen Jimmy Hartwig, Horst Rubisch, Hans-Günter Plücken und Bernd Wehmeyer. Gegen die starke Konkurrenz tat Gorski sich unter Trainer Pranko Zebek allerdings schwer und ging daher nach zwei Jahren mit lediglich einem Bundesliga-Einsatz zu Hannover 96 in die 2. Fußball-Bundesliga. Mit Trainer Diethelm Ferner und den Mitspielern Peter Anders, Jürgen Rügnio, Karl-Heinz Mirrusko und Dieter Schatzschneider wurde 1979, 80. der dritte Platz belegt. Von 1979 bis 1984 absolvierte der Defensivspieler für die Roten 168-Zweitligaspiele und erzielte dabei 15 Tore. Von 1979 bis 1980 kam er zu vier Einsätzen in der DFB-Auswahl U21. Zur Runde 1984-85 nahm er das Vertragsangebot von Eintracht Braunschweig an und kehrte in die 1. Bundesliga zurück. Unter den Trainern Alexander Ristick und Heinz Patzig absolvierte er an der Seite der Mitspieler Reinhold Hintermeier. Peter Lux und Ronald waren 33 Spiele mit fünf Toren als 18. Der Abschlusstabelle stiegen die Braunschweiger jedoch in jener Saison ab. Gorski blieb auch in der 2. Fußball-Bundesliga bei der Eintracht und absolvierte von 1985 bis 1991 für die Blau-Gelben 156 Spiele und erzielte fünf Tore. Insgesamt wird er in der 2. Liga mit 324 Spielen und 20 Toren geführt. Von 07, 2005 bis 12. 2008 ilkoachte Bernd Gorski den SV Werlaspe in der Bezirksliga Staffel 01 bzw. in der Kreisliga Alemgo. 2010 unterschrieb Gorski einen Zwei-Jahres-Vertrag als Trainer beim Bielefelder Kreisligisten SV Ubedissen 09. Erfolge 1979 1979 Deutscher Meister 1980 Finale Europapokal der Landesmeister